hallo herr taner hallo herr tanerin hallo liebe hater ja krankheitsbedingt heute kein watch along aber dann doch eine kurze loge nach unserem auswärtsspiel bei hannover 96 2 zu 2 ja merkwürdig dass wir jetzt hier schon wieder sitzen und mega enttäuscht sind obwohl es im endeffekt ein gerechtes man muss jetzt sagen ein gerechtes ergebnis eigentlich ist das 2 zu 2 fühlt es sich wieder mal einfach es fühlt sich einfach scheiße an wir haben zwei neu geführt und wir haben wirklich wie ich finde bären stark gespielt es war wirklich ein richtig guter auftritt von anfang an okay vielleicht die ersten zehn minuten noch ein bisschen verhalten aber es war genau das drin was eigentlich letzten spiele gefehlt hat dieser willen und der einsatz ist absolut mit kampf richtig zu machen und halt unangenehm zu spielen den meter mehr zu machen den gegner anzulaufen manchmal auch den ball führenden mit zwei drei spielern es war einfach alles was halt wichtig ist um zu zeigen du willst das spiel gewinnen und damit haben wir hannover auch wirklich den schneid abgekauft man hat es gemerkt dass die überhaupt gar nicht klar gekommen sind sind nicht ins spiel gekommen konnten ihre stärken überhaupt nicht ausspielen können auf der linken seite von hannover wurde also überragend bearbeitet von kenny und auch winkler der mit zurückgekommen ist aber da hat alles gepasst und genauso vorne also ich glaube flo niederlechners beste spiel was er für uns bisher gemacht hat absolut wirklich heute mal wirklich wertvoll hat wie immer gekämpft aber heute auch das glück gehabt und auch ein paar wirklich gute sachen gemacht und ich glaube nach einer vorarbeit wieder mal einer richtig genialen von fabi reese der den ball einfach mit übersicht von links er sieht dass niederlechner frei steht und schiebt ihn rüber flankt ihn rüber zu ihm über den strafraum hinweg und er nimmt ihn so dropkick volley und das ding geht rein also er wollte den genauso schießen genial 1 0 und danach war der ofen eigentlich für hannover aus sie hatten wirklich überhaupt keine sonne wir haben defensiv so gut gestanden einmal eine kleine unsicherheit von leistner der den ball ein bisschen zu kurz zurück spielt aber da kommt ja ernst wie ein wie ein verrückter aus dem tor gelaufen klärt das ding ansonsten war überhaupt nichts wir haben alles weggegrätet alles weggeklärt es war überhaupt gar keine gefahr von hannover weil erst mal martin und clemens überragend die bälle weggesaugt haben martin martin auch zweimal hinten geklärt als die abwehr nicht so gut stand hat die bälle dann da rausgegrätscht also ganz stark dann meiner meinung nach eigentlich hätten wir wie ich einen elfmeter kriegen müssen als glaube ich ich weiß gar nicht wer es war ich weiß gar nicht welcher hertaner das war war es auch martin oder war es winkler irgendwie also irgendeiner von uns kriegt im strafraum es ist so ein bisschen der ball ist eigentlich schon weg und hannoveraner kommt und grätsch von hinten rein trifft ihn am bein trifft den ball nicht hat mich sehr gewundert dass da überhaupt noch nicht mal der videoschiedsrichter eingegriffen hat nichts gesagt hat der schiri hat dann noch ich glaube niederlechner erklärt dass der ball weg war und es war im endeffekt nur berührung am hacken ab für mich war es eigentlich ein klarer elfmeter gut nicht gefiffen und dann eigentlich wieder genial gespielt auch wieder von fabi reese der über über die linke seite kommt kriegt den ball von flo niederlechner der mit übersicht den ball schön verteilt reese geht links spielt den ball dann zurück auf den elfmeter punkt wo klemens steht der zieht ab das ding geht zum 2 0 ins tor und eigentlich war da hatte man das gefühl da brennt überhaupt nichts an heute ähm ich fand auch äh seefuig absolut geil auf der anderen seite auf der linken verteidiger position hat die dinger da rausgegrätscht wie ein irrer und ich fand alle sind auch auf die bälle gegangen die wir sonst einfach so kampflos überlassen man hatte so ganz oft war ähm ist so dass wir an der mittellinie eigentlich so im niemals land so auf die bälle gegangen sind dass wir einfach hingesprintet sind und haben kurz bevor der gegner am ball war noch mal mit einsatz den ball angetippt dass er für uns ins aus geht also dass er noch mal ans bein vom hannoveraner prallt und dann ins aus geht also es war wirklich eine absolut überragende laufleistung in der ersten halbzeit und nach der nach der pause wo man eigentlich dachte okay jetzt wird hannover sich was überlegt haben was genau so wir sind richtig stark rausgekommen ähm haben eigentlich den sofort den schneid abgekauft und da dachte ich ey des ding ist unsers weil meistens ist ja so nach der pause dann sieht man auch ziemlich gleich okay jetzt äh gibt hannover alles die technisch natürlich auch gut sind ähm und ähm wir spielen abwartend oder sowas war diesmal gar nicht so wir sind gleich raufgegangen haben auch gleich eine gute chance ähm und ähm hannover eigentlich dann nach den ersten zehn minuten auch so dass man dachte okay da kommt auch nichts mehr und dann so in der sechzigsten minute hat man so gemerkt okay jetzt ist langsam die luft raus weil wir einfach so viel gerannt sind dann hatte hannover plötzlich mehr platz dann wurde vogelsammer glaube ich eingewechselt und also für mich ähm hat man dann einfach zu viel platz gelassen einfach zu viel platz gelassen und dann ist eine äh situation wo wir einfach nicht an den mann gehen ein abwehrspieler von hannover äh läuft einfach durch wir lassen ihn ziehen also die erste aktion eigentlich wo wir es nicht schaffen druck auf den ball führenden spieler zu äh kriegen ähm davor leisner auch kämpf kämpf ein bisschen unauffälliger als leisner aber alles rausgegrätscht aber in der situation einfach ja keiner geht ran der typ geht durch durch fünf sechs mann durch spielt den ball dann äh aus der rechten seite rein ähm hannover hält den fuß rein und das ding geht zum eins zu zwei ins tor und das war glaube ich in der kann ja mal gucken ich glaube es war die 65 oder so was kann das sein und zwar an das war die es war die 67 spiel minute äh nielsen halt den fuß rein genau vorbereitung war neumann mit der fünf ähm ja und dann weiß man ja es ist halt echt gefährlich wenn du 2 0 führst denkst du alter das spiel ist auf jeden fall an deiner auf deiner seite du hast du es eigentlich sicher und dann schießt äh der gegner eigentlich aus dem nichts das eins zu zwei ja dann ähm glaube ich hat man auch gemerkt ähm pal hat ausgewechselt ähm martin war sicherlich platt hat wirklich eine überragende partie gespielt bis dahin für mich ähm dann kommt buchalackes rein ähm und äh wer ist noch ausgegangen ich glaube das schernd ist schon reingekommen ne für winkler äh genau schernd für winkler ähm winkler finde ich auch absolut gut mit nach hinten gearbeitet und die auswechslung war glaube ich der tod für uns auch wenn martin nicht mehr konnte buchalackes also wirklich wenn wir uns jetzt mal die ausstellung angucken also wir können wir können uns das ja mal kurz angucken ähm wenn wir mal umschalten von der mannschaft die wir hatten bis dahin war es wirklich so dass für mich sefrig äh sefrig locker mit zwei hatte wirklich gut gespielt hat kämpft und leisten mit einer hammer leistung also absolut überragende in verteidigung da kenny super starkes spiel auch absolut krass stand immer richtig hat gekämpft hat sich so dermaßen den arsch aufgerissen zusammen mit winkler da die seite zugemacht gegen wirklich einen sehr starken köhn ähm der auch ein sehr guter spieler ist vielleicht auch mal einer für uns also wirklich geiler geiler spieler hat man schon gesehen aber die haben wirklich richtig gut gespielt rese nicht so oft nach hinten gegangen wie winkler was sefrig manchmal auch nicht geil fand aber martin und pascal klemens zusammen überragend niederlechner auch richtig richtig starken spiel für mich auch sicherlich eine zwei tabakovic nicht so drin im spiel hat aber auch vorne die bälle gut gehalten irgendwie also das war alles super und dann kommt schern für winkler buchalackes für dardai und buchalackes alter da gibt es dann eine situation genau eigentlich sei es vielleicht eine minute auf dem platz also maximal eine minute sage ich mal und dann und dann haben wir eigentlich eine überzahl situation spielen das ding wirklich genial hinten raus mit zwei drei schnellen pässen sind in der überzahl nach vorne buchalackes hat eigentlich zentral mittig den ball geht auf dem strafraum zu und spielt das ding dann so schlampig ich glaube links geht rese dann auf der rechten seite ist schern frei er kann auch den ball durchstecken auf tabakovic und was macht er er spielt den ball unbedrängt dem hanoveraner in die füße und es war eine riesige chance das hat man gar nicht so mitbekommen was das eigentlich für eine chance war da den sack zuzumachen und dann lacht er noch irgendwie blöd der typ sorry aber er regt mich einfach auf weil er einfach behäbig spielt er ist scheiß langsam hat danach auch noch ein richtig dummes foul gemacht also wirklich alter der typ der hat uns wirklich absolut schlechter gemacht und dann hat man schon gemerkt so im endeffekt hannover dann immer mehr gekommen die hatten auch den ball sowieso vom 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 ballbesitz viel mehr und dann von den torschüssen hat man halt auch gesehen so ok jetzt kommen die halt und dann fiel das 22 auch ja das war mal zu sagen ein richtig krasser langer ball ich glaube von halzenberg ausgeschlagen schon super geil gespielt ich glaube auch auf vogelsommer und der geht durch dann ist glaube ich kämpf und und seefuig kreuzen noch mal seefuig kreuzt irgendwie noch bei kämpfen irgendwie auch ein bisschen dumm rein und das ding ja der ball geht einfach zwischen beiden durch ins tor absolut bitter also für mich schlag ins gesicht nachdem du 2 0 geführt hast das ging natürlich allen ertanern so und dann es war eigentlich auch noch zeit ich meine dann war glaube ich immer noch zehn minuten zwölf minuten zu spielen und da hat man schon gedacht so krass das ding verlieren wir eventuell noch weil hannover immer stärker aufgekommen ist man auch gemerkt dass die wollten die wollten das 3 2 machen wir hatten dann auch noch 23 konnte aber nicht einfach nicht mehr so effektiv gespielt doch gemerkt dass da auch die power raus war mein hals kackt ab aber wenn du 20 in hannover führst also sorry es tut mir auch leid hannover sicherlich eine starke mannschaft aber wir waren bären stark wir haben die so kontrolliert bis zur 60 minuten da darfst du einfach die punkte nicht mehr herschenken es war eine geile leistung und man kann auch total stolz auf die mannschaft sein aber man hat auch beim abpfiff gemerkt wie sauer fabi rese wieder war eigentlich können wir uns über den punkt freuen weil es halt auch ein leistungsgerechter punkt sicherlich ist so jetzt wenn man das spiel sieht aber wir haben die halt stark gemacht du hättest dieses spiel niemals mehr hergeben dürfen hättest du das cleverer gespielt hättest du den sack drauf gemacht wieder mal so lässt du die eigentlich aus dem nichts ins spiel kommen wenn ich finde auch immer es dumm zu sagen ja wir haben das tor geschenkt weil alle tore entstehen ja immer aus fehlern aber bis dahin war halt überhaupt kein zug und hätten wir weiter diesen druck aufrecht erhalten wenigstens noch zehn minuten weiter gepresst dann hätten wir das spiel auch gewonnen weil hannover war bis dahin überhaupt nicht im game ja und so haben wir wieder mal die riesen chance verpasst da vorne ranzuklopfen hannover hat jetzt glaube ich 23 punkte ist dritter wir haben 18 punkte sind zwölfter oder 10 da ja wir haben ja drüber geredet irgendwie über dieses anspruch denken vielleicht soll man das einfach mal zurückschrauben aber nein wir haben einfach geil gespielt und wir hätten uns einfach dafür belohnen müssen und jetzt fahren wir mit einem punkt zurück wir haben aus den letzten drei spielen drei punkte geholt und das ist einfach zu wenig wenn du so gut spielst ist es glaube ich wirklich für die ganze mannschaft ein schlag ins gesicht da wird keiner sagen ja geil hannover was für eine geile mannschaft wir haben auch eine geile mannschaft und wenn du so eine leistung bringst also so viel rein wirft so viel power und leidenschaft rein wirft dann ist das fühlt es sich wie eine niederlage an so ist es einfach leiden schafft schafft leiden so ist das alles war wieder mal richtig gute weisheit aber ist so also für mich ganz bitter sicherlich kann man gegen hannover in hannover 1 1 spielen ist sicher ehrenwert aber die punkte hätten bei uns sein müssen und zwar alle die drei punkte haben wir oder zwei punkte haben wir wieder verschenkt das ist sehr schade weil wir jetzt zu hause gegen elversberg das glaube ich sehr viel schwerer haben werden wir müssen einfach mit genau dieser einstellung in die spielereien gehen das ist genau das was uns gefehlt hat dieser einsatz dieser unbedingte wille den haben wir gezeigt und wenn wir das schaffen so die nächsten spiele anzugehen dann werden wir auch die punkte holen da bin ich mir sicher aber man muss jetzt auch mal sagen wir haben jetzt neun punkte rückstand auf den hsv und das wird natürlich immer mehr wenn wir jetzt die ganze zeit irgendwie sagen in interviews ja wir wollen eigentlich doch aufsteigen dann ist es die punkte aus beute einfach zu wenig mannschaftstechnisch war das ganz stark heute und da kannst du auch sagen klar da stimmt alles eigentlich aber wenn du dann die punkte nicht holst ist das einfach bitter einmal merkt die erste elf ist super wenn jetzt dann auch noch ein floh niederlechner so funktioniert wie heute und ich glaube das lässt auf was gutes hoffen weil er hat das ja an der pk gesagt jetzt wo er getroffen hat und zwar kommt das selbstbewusstsein das hat man ihm deutlich angemerkt dass sehr viel mehr zweikämpfe gewonnen wurden er hat die bälle sogar auch ganz gut verteilt sicherlich nicht wie ein zehner da waren auch ein paar bälle drin wo man dachte man warum spielst du den denn jetzt hoch darüber aber grundsätzlich war das schon echt gut und wenn das besser wird dann müssen wir uns sicherlich nicht fürchten von den nächsten spielen aber wir haben halt wieder einfach die punkte her geschenkt und das fackt mich einfach ab es fackt mich ab aber ja das wird jedem so gehen ja was sollen wir jetzt also sagen wir haben nicht verloren jetzt glaube ich seit fünf spielen ungeschlagen das könnten wir als positives rausziehen jetzt spielen wir gegen elversberg dann in lautern glaube ich dann zu hause gegen osnabrück genau das sind die nächsten drei ligaspiele dazwischen haben wir noch den hsv auch der hsv mit so einer leistung zu hause wenn wir da so rein mit so einem mit so einer passion reingehen dann können wir die sicherlich schlagen nur ich finde das halt eigentlich muss das immer so sein es muss einfach immer so sein eigentlich ist es lächerlich zu sagen ja du musst wenn du fußball spielst und willst erfolgreich haben dann musst du das immer so machen und es ist halt nervig heute nicht so sehr wie in den letzten beiden spiel wo halt das gefehlt hat heute ist einfach nur nervig dass du in zwei null vorsprung einfach hergegeben hast was einfach nicht sein musste tja vielleicht ist wirklich einfach so dass der zweite anzug wenn du wechselst da sind wir einfach nicht stark genug man hat das halt gemerkt buchalackes hat es deutlich geschwächt auch scherend konnte nicht wie winkler damit gehen klar der will und hat viel gerannt es fiel gerannt und wollte unbedingt das tor machen aber man hat halt gemerkt dass es dann einfach auch schwächer wurde und vielleicht als letztes noch konditionell finde ich musst du auch vielleicht über 90 minuten so gehen können mich wundert das bei uns immer warum wir nach 60 minuten dann teilweise einfach die kraft nicht mehr haben klar es war sicher super anstrengend so zu spielen aber ja da gibt es auch andere mannschaften die das dann vielleicht über 75 oder 80 minuten so durchhalten also ja ihr merkt schon ich bin trotzdem ganz schön angepisst aber das liegt auch daran dass ich angeschlagen bin ich muss morgen noch einen tauchkurs geben und wäre heute gerne in hannover gewesen und so ist es sowieso einfach bitter aber es ist wie es ist und ja wir putzen uns den mund ab oder wir sind es ja gewohnt jetzt haben wir fünf punkte rückstand glaube ich auf hannover wir gucken uns die tabelle noch mal an ähm tabelle es genau hannover hat 23 punkte genau wir haben 18 morgen spielt noch kiel düsseldorf also 5 6 punkte sind es auf jeden fall auf dem relihplatz und auch die gefilde wo wir ja eigentlich zu weihnachten hin wollten das heißt jetzt ist wirklich so du musst so weiterspielen spielen gegen elversberg die auch eine ganz gute runde spielen lautern kämpft auch wie sau und osnabrück immer doof zu spielen gegen eine mannschaft die ganz hinten steht du musst diese punkte jetzt holen es hilft alles nichts wenn du die holst dann ist alles okay wenn du jetzt praktisch wirklich aus diesen drei spielen diese neun punkte ziehst die du eigentlich holen müsstest vielleicht lauter nicht aber sagen wir mal sieben punkte ziehst dann hättest du 25 punkte am ende der hinrunde das ist schon okay aber wenn du weiterhin die punkte so her schenkst dann wird das eine niemals land saison äh ja doch eine niemals land saison ist richtig gesagt bin schon ganz matschig und es wäre einfach bitter bei der mannschaft die mannschaft ist zu stark dafür die punkte so her zu schenken so ach leute komm was solltet ihr schnuddelt was solltet ey das soll es ihr Wesen sein ich äh begebe mich jetzt wieder in meine Krankheitskoje zieh das Trikot aus mach mir noch einen Ingwertee und dann geht es weiter nicht rumheulen morgen geht es ins Wasser und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus küsschen hau he habt ein schönes wochenende und ich würde sagen wir sehen uns spätestens am dienstag mit dennis äh zur seelenaufbaulose oder bis denn tschüss tschüss boah jetzt fängt schon wieder an zu gewittern ach du scheiße zum schluss komm wir spielen nochmal für die herzen einen schönen schwank bis dann weißt du wie es ist wenn ein Riss durch die Seele zieht die Liebe dem Schmerz tief im Herzen unterliegt wenn die Tränen nicht mehr trocknen und ein Lächeln nicht gelingt die Träume von den Bäumen fallen wie die Blätter im Wind alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein wenn Regenbogen Farben die keine Kraft mehr haben nur grau erscheinen und die Sonne kommt zurück und scheint für dich wisch dir die Tränen aus den Augen lass die Hoffnung nie vergehen alte Wunden werden heilen du wirst sehen ich weiß wie es ist mit sich selbst allein zu sein gefangen in der Zeit wenn wenn Regenbogen Farben die keine Kraft mehr haben die keine Kraft mehr haben nur grau erscheinen Irgendwann wird wieder Licht Und die Sonne kommt zurück, blau-weißes Licht Bisch dir die Tränen aus den Augen Lass die Hoffnung nie vergehen All die Wunden werden heilen, wer es zählt Irgendwann wird wieder Licht Und die Sonne kommt zurück und scheint für dich Bisch dir die Tränen aus den Augen Lass die Hoffnung nie vergehen Alle Wunden werden heilen, wer es zählt Lass die Hoffnung nie vergehen Lass die Hoffnung nie vergehen Lass die Hoffnung nie vergehen